Moin und herzlich willkommen hier zu FIFA 22. Ja, ihr habt richtig gehört, FIFA 22 ist raus. Es sieht sehr, sehr geil aus. Es ist noch einen Tacken cineastischer geworden, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn da Tore fallen, wenn gejubelt wird, hier, wenn die aufs Feld kommen, die Mannschaften noch in der Jacke, weil es ein bisschen kühl ist, ist ja auch schon mittlerweile September, dann, das sieht einfach geil aus. Sie drehen zwar von einem Testspiel, ich weiß nicht warum, weil da steht auch dritte Liga. Wir spielen VfL Osnabrück gegen den FSV Zwickau. Die Partie steigt in Escht am Samstag um 14 Uhr. Spieler auch im Fokus, Heider natürlich. Ich habe die Kader halbwegs angepasst, muss ich ja eigentlich nicht mehr. Also Kader sind aktuell supergeil. Hiegel ist dabei, Simakala ist dabei, keine irgendwie Schwierigkeiten mehr. Da sieht man auch die schönen Jäckchen. Sonst habe ich mich wenig bis gar nicht vorbereitet. Zwickau ist, glaube ich, auf dem 17. Platz im Moment. VfL kratzt ja oben so an den Aufstiegsrängen. War nur jetzt ein bisschen schwer nach der echt miserablen Partie gegen Kaiserslautern. Aber ich motiviere mich trotzdem. Zuletzt gab es ja zu Hause, das wird ja auch ein Heimspiel sein jetzt am Samstag für den VfL Osnabrück, wo ich auch sein werde. Gab es ja zu Hause ein 1-0 gegen Meppen. Ich hoffe mal, man kann bei Zwickau mit Brinkis, Göbel und Ronny König, treue Fans von Game Overschmidt werden sich erinnern, ans Ronny König Spezial. Also da gibt es so einige, die da interessant werden, würde ich jetzt mal sagen, am Samstag. Ich werde dabei sein und ich lege jetzt los. Also wir spielen wieder gegen Weltklasse, wie immer. Fünf Minuten und erstmals Fridays for Fußball hier bei FIFA 22. Köhler habe ich wieder aufgestellt, der hat ja zuletzt gefehlt. Gelb gesperrt. Ich glaube, er dürfte jetzt wieder spielen, deswegen spielt er bei mir. Und Itter habe ich von der Bank genommen, denn der ist noch laut Transfermarkt verletzt. Sieht auch ein bisschen aus wie die Bremer Brücke hier. Das ist ja die Court Lane bei FIFA 22. Die Bremer Brücke ist ja noch nicht im Spiel, leider. Auch wenn es Deutschlands schönstes Fußballstadion ist. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein, zwei Partien gespielt. Ein bisschen Karrieremodus, aber nur mal gucken, wie das aussieht mit Mach deine eigene Mannschaft. Gefällt mir bisher ganz gut. Also ich, ähm, die PS5-Version ist natürlich auch ein bisschen geiler als alle anderen Versionen. Und halt, ich glaube, die Xbox Series X-Version ist genauso. Aber, sind schon die ersten Angriffe hier. Ich spiele natürlich in den lila-weißen Trikots. Wo mir die Auswärtstrikots dann doch besser gefallen. Die wird es aber hier bei Fridays for Fußball beschrieben auch nochmal geben für euch. Da müssen wir ja aufpassen, dass wir nicht in den Konter laufen. Klaas mal. Kann der von der Strafraumkante... Keine Hand! Hat er schon mehrere Male Elfmeter hier. Auch in FIFA 22. Da geht der Ball einfach mal an den Latte. Wie geil wäre das gewesen? Und da ist Göbel. Man hört schon die ganzen Fans auf der Heimtribüne. Das ist einfach ein Name, der sich so anbietet dafür. Aber jetzt muss ich mal aufpassen, dass hier Ronny König nicht gleich das Tor macht. Oh, da habe ich einen mega Fehlpass mit Traorewas, glaube ich, gemacht. Aber Kühn passt auf. Der Bananenmann, ganz in Gelb. Oh, mit dem kleinen Finger abgewehrt. Oh, da König! Oh, der ist wirklich gefährlich bei Kopfbällen. Ich habe auch noch Bärmann reingetan, weil es war laut FIFA war Guka nicht hinten drin. Aber Bärmann ist, glaube ich, mit 70, also mit Stärke 70, einer der stärksten Spieler beim VfL. Da habe ich Zeit, da kann Köhler eigentlich warten. Aber mir gefällt das so. Also ich habe ein bisschen mehr Platz. Das wird sich natürlich alles noch ändern mit den Updates. Das ist ja ganz oft so bei FIFA, bei den Neuen. Jetzt mal hier Simakala. Hat ja in den ersten Partien echt gewirbelt. Gefällt mir auch immer gut, der Spieler. Aber die Flanken sind noch zu ungefährlich. Ah, hin da! Ja, die Zwickauer sind da nicht so sicher wie andere Mannschaften. Oh, jetzt mal. Aber die spielen da den Kontern so schlecht aus wie ich. Boah, schön! Köhler da mal auf den Außen. Ungewohnt. Ah, da wollte ich gerade den Ball stoppen. Aber da Haider! Muss ich es selber machen! Kein Tor! Bei diesem harten Schuss. Der hat vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Ah, ich bin noch nicht mit der Schusshärte so Dings. Aber da hat Haider, wie auch so oft jetzt auf dem echten Rasen, schön nachgestochert den Ball bekommen und fast das Tor gemacht. Oh, was machen die denn da? Da kommen sie sich nicht einig. Oh, Simakala wird berührt, aber nicht gefoult. Oh, Simakala setzt nach. Ich wollte ihn eigentlich nur leicht andetzen, damit er ihn so am Torwart vorbeilegt. Aber mit 180.000 kmh ballert Haider den Ball da rein. Und der Torwart liegt da auch schon am Boden, schon vorher. Alter. Jetzt schießt er fast noch drüber, Gomez-Style. Ja, der Jubel ist riesig. Sagen auch die Schattierung und so, dass das Dynamic Lighting, also die Lichteffekte gefallen. Das ist bei mir sehr gut. Ich habe jetzt noch kein Flutlichtspiel gemacht. Oh, warum nehmt ihr den nicht mit? Köhler an den Hacken geschossen. Da müssen wir aber hinten aufpassen. Jetzt sind wir hinten gefährlich offen. Aber Trapp passt da richtig gut auf. Na, Köhler gefällt mir. Oh. Köhler geht aber auch immer verdammt weit nach vorne. Ah, nein. Da hat mich der Gegner ein bisschen ausgetanzt. Oh. Kompletter Seitenwechsel da. Auf Hauptmann. In der Mitte König. Oh, Klein-Hansel. Oh. Nein, Patrick Göbel. Ei, ei, ei. Oh, nicht schon wieder. Ich hatte bis jetzt fast jeder Partie einen Elfmeter. Wegen Hand. Kann auch sein, dass das ausgestellt ist. Aber ich glaube nicht. Ich habe es eigentlich eingestellt. Weil ich es immer lustig finde. Eigentlich, Wilms, habe ich nicht gesehen, den Spieler da. Das ist Ronny König als Vorlagegeber. Nein. Oh. Der Torhüter hat ihn. Der Torhüter hat ihn. Der hat ihn gar nicht berührt. Kommentar sind noch nicht so richtig eingestellt anscheinend. Wuschi sagt, der Torhüter hat ihn. Dabei geht er bald rüber. Was war das denn für ein Pass? Manche Pässe, die über 100 Meter gehen, kommen genau an. Dann sind es wieder welche, wie zum Beispiel der kommt super an. Und der andere gerade, der nur ein paar Meter überbrücken muss. Der nicht. Da läuft sich keiner frei. Abgefälscht, aber ich stelle dir mal vor, der geht rein. Aber auch der Landentreffer am Anfang. Das Spiel gefällt mir. Es passieren mal Sachen, die so ein bisschen zufälliger sind. Die man ja auch in echten Spielen mal sieht. Also, dass da mal so ein Ball, eine Flanke ist verunglückt, aber dann auf der Latte landet und so. Wechseln möchte ich noch nicht. Tatsächlich. Sie spielen den Ball frei. Guter Heber. Aha, Abschluss. Uh. Glück gehabt. Mal ein zweites Nachlegen. Das ist immer wichtig. Während ich hier fast frei laufen kann mit kleinen Hansel. Sie stehen jetzt sehr tief. Das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Aber warum stehen sie denn tief? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, wie er den Ball ablockt. Ich weiß auch nicht, warum meine Mittelfeldspieler so locker durchkommen. Und bis in den Strafraum laufen. Gerade Köhler und Tavazover, die ja eigentlich defensiver sind. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer jetzt. Also, die Makala ist auch echt spritzig. Oh, da habe ich Glück gehabt. Boah, kann man da hin? Oh, schön Headbutt gegeben. Ah, ist das Abseits? Nee. Ah, hätte ich direkt spielen müssen. Da war der Zweikampf schon vorbei. Wie denn es aus? Tatsächlich wird er noch im Spiel gehalten, der Ball. Oh, Bärmann. Fast Hand und fast Foul. Aber alles gut, sagt der Schiedsrichter. Oh, ja, da war ich selbst überrascht, dass ich den Ball da noch kriege. Ich dachte, ich muss in den Zweikampf gehen. Die frischen Brinkis im Tor. Boah! Mir gefällt das Spiel echt gut. Jetzt kann ich mal Kunze für Köhler bringen. Die haben, glaube ich, tatsächlich Kunze noch ein bisschen verstärkt. Als ich das erste Mal gespielt habe, war der unter 60. Jetzt hat er eine schöne Stärke 62. Das gefällt mir. Hier, wechselt auch bei Zwickau. Schauen wir mal, wie klein Hansel den Ball reinbringt. Unternehmen. Bisschen den Strafraum hochlaufen und voll dran vorbei. Naja. So ein 1 zu 0 ist immer trügerisch. Ich könnte mal Wuten vielleicht für Haider mal gleich bringen. Ist noch auf der Bank. Wertraum habe ich diesmal nicht mitgenommen. Kunze da im Strafraum, aber Abschluss nicht so gut. Ja, schön noch dem Spieler einen mitgegeben. Aus Versehen. Da wird es gleich bestimmt noch gelb geben. Da ist Göbel. Göbel will tricksen. Bleibt aber hängen. Boah, Trapp da mit dem stylischen Abwehrversuch, der auch erfolgreich ist. Oboku ist auch ein schneller Mann. Da ist Kunze wieder. Hat mal Platz. Wird aber von hinten gestört. Naja, bewegen muss er sich schon. Oh, Haider. Ja, der will den Ball da festmachen, kriegt es aber nicht hin. Mach jetzt alles gut. Oh, sehr schön. Spiel fühlt sich noch ein bisschen einfacher als das vorherige FIFA an. Aber das ist ja am Anfang ganz gerne so. Und da gibt es nach dem Schuss von Kunze tatsächlich wie gesagt, es fällt immer so ein Elfmeter, Handspiel-Elfmeter da. Das gucken wir uns nochmal an. Ja, was sollen die Hände da auch? Äh, nee. Wir wechseln noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich den reinmache. Bis jetzt wurden schon viele von mir gehalten. Und da ist er. Und da steht es 2 zu 0, 10 Minuten vor Schluss. Sehr zur Freude von Haider und Co. Man hört sie jubeln, weil ich weiß nicht, warum es so laut ist. Ist das Mikrofon direkt zwischen denen? Ich weiß es nicht. Ja, ja, jetzt muss ich... Jo, ist das schon geschossen? Bringen wir mal noch Wooten für den Haider. Der darf sich feiern lassen nach seinen Toren. Sehr schön. In Schal und Mütze stehen sie schon auf einem warmen Septembertag im Stadion. Ja, da habe ich wieder einmal mitgegeben, aber anscheinend kein Foul. Nicht noch zwei Dinger kriegen, das wäre ein bisschen peinlich. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Abseits. Da darf jetzt, wenn man raus, Kuga nicht kommt. Kuga nicht warm angezogen, natürlich. Darf direkt den Freistoß schießen. Ah, der geht so weit. Da ist auch Wooten ein bisschen frustriert, glaube ich, nach so einem Pass. Aber die machen viel mehr Trickbälle irgendwie. Weiß ich auch nicht, warum. Göbel hat ja vorhin auch so komisch hinterm Fuß schicken wollen. Das Glas noch mal, aber zu weit vorgelegt. Schon im zweiten Versuch gesehen. Aber das soll wohl der Sieg sein, ne? Ich finde, das läuft wieder nach ein Sieg, ein 0-0 und jetzt wieder ein Sieg ist Fridays for Fußball. Läuft wieder wie am Schnürchen, während Baumann da sich durchtrickst. Oh, und das war's. Sehr schön. Erstes Mal FIFA 22, direkt ein 2-0 für den VfL aus der Brücke. So kann's weitergehen und ich hoffe, ihr guckt euch diese wunderbare Partie am Samstag um 14 Uhr an. Wünscht euch vielleicht auch mal wieder eine Partie. Was steht so an? Vielleicht ein Champions League Spiel, vielleicht ein Europa League Spiel, vielleicht ein Conference League Spiel oder wie die Conference League heißt. Haider hat zwei Tore gemacht in fünf Versuchen. Das läuft. Macht's gut. .